So, hello und willkommen zu einer neuen Folge von Arkhamageddon und ja meine Freunde, letztes Mal wurden wir ja tatsächlich geradet, wir wollten ja einfach nur einen kleinen Tribe helfen und auf einmal kam dann FBI und dann noch ein anderer starker Tribe, die uns dann quasi, ja, angegriffen haben. Wir konnten uns leider jetzt nicht so gut verteidigen, da es halt wirklich 10 Spieler waren, ich alleine, beziehungsweise noch mit den Freunden von ARMY, das war dann leider gar nicht so einfach und oh, hier ist ein Aji, aber zum Glück nur ein Wilder. Genau, deswegen, es war einfach ziemlich, ziemlich, ja, schnell, es ging alles so schnell, ich wurde gefangen genommen und letztendlich bin ich dann einfach offline gegangen, weil es halt bei mir hier in Japan schon 4 Uhr morgens war und ich mir dann dachte, okay, ich bin eh geradet, das muss ich mir jetzt nicht mehr lange angucken, ich gehe einfach schlafen. So, und am nächsten Tag dachte man, okay, wie viel von meiner Base steht wohl noch, ne, ich wollte erst gar nicht gucken, ne, hab dann aber tatsächlich gesehen, dass sie gar nicht so viel zerstört haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal gucken, sehen wir, dass sie die ganzen Pflanzen hier erstmal weggesprengt haben, auch unten haben sie einiges zerstört, meinen Ankylosaurus haben sie zum Beispiel, ähm, getötet, aber die Base an sich steht sogar noch, ne, ich meine, guck mal, die eine Pflanze hier ist kaputt und auch hier unten die ganzen Pflanzen, die hier waren, sind zerstört, der Ankylo ist weg, der Archie ist weg, aber ansonsten, das meiste ist tatsächlich noch vorhanden, das heißt, sie haben es tatsächlich nicht geschafft, meine Base hier zu, ähm, oh, aua, ja, Petri, tut mir leid, genau, die haben es leider, aber zum Glück nicht geschafft, unsere Base hier zu zerstören, das ist eigentlich ziemlich cool. Genau, aber wie ihr sehen könnt, steht zum Glück noch das meiste von unserer Base, ne, ich meine, es ist natürlich schade jetzt um die Dinosaurier, ja, natürlich auch schade um die ganzen Pflanzen, ne, die ich hier aufgestellt habe, es hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet, aber naja, Freunde, ich meine, zum Glück, ne, steht eben noch unsere Hauptbase, und das ist halt die Hauptsache, ne, dass sie diese hier nicht zerstören konnten, obwohl wir hier ganz alleine sind, ne, und das ist halt nämlich auch der Punkt, wir brauchen ab sofort Tribe-Member, aber, ich habe auch schon gehört, dass es einen Plan gibt, von den großen Tribes, mich quasi zu infiltrieren, das heißt, ja, Betrüger in meinen Tribe einzuschleusen, und das ist natürlich eine große Gefahr, der wäre wir nicht, ja, da wären wir gar nicht erst drauf eingehen, das heißt, wir müssen uns natürlich sehr, sehr vorsichtig unsere Tribe-Member jetzt auch auswählen, und ich habe das schon auch schon mit einem, ja, einigen Kandidaten geredet, die da recht vertrauenswürdig sind, und ja, das ist keine gute Idee, ähm, einfach mal in die Lava zu sprengen, ne, dann passiert nämlich genau das hier, was gerade mit dem Petri passiert ist, aber gut, dieses Mal, bevor wir jetzt uns die Tribe-Member suchen, dachte ich mir aber auch, wenn wir erst erstmal was anderes machen, und zwar gab es da einen netten Tribe, der nämlich meinte, Ascalda, das ist natürlich schade, dass du jetzt so viel verloren hast, ähm, ich meine, killer, ich habe weniger verloren als andere Tribes, mir wurde erzählt, dass jetzt gestern, wo ich zum Beispiel nicht online war, da wurden einfach 5 Tribes geradet, vom selben Tribe, der auch mich raiden wollte, wo ich mir auch dachte, wow, das ist erstmal schnell eskaliert, ne, also hatte ich dann nachher wirklich Glück, dass ich dann gestern gar nicht online war, aber gut, jetzt wollen wir erstmal schauen, wir haben nämlich jetzt von den einen Tribe, der überlebt hat, hier 3 Agentaves-Eier bekommen, ne, könnt ihr hier schon sehen, ne, Eltern, Agentaves-170, 146, und diese werden wir jetzt auch gleich mal ausbröten, genau, der Tribe hat mir auch gesagt, ich soll deren Namen nicht erwähnen, da sie halt Angst haben, auch geradet zu werden, aber, ne, ich kann sagen, dass der Tribe eigentlich relativ stark ist, von daher bin ich mir eigentlich sicher, dass sie gar nicht so leicht geradet werden können, aber trotzdem, ne, so, werden wir jetzt nun die Eier einfach mal hier hinsetzen, genau, so, Nummer 1, genau, ihr seht schon, das ist ein Agentaves-Eier, und das funktioniert auch wunderbar, so, und dann noch das zweite hier, genau, haben wir jetzt schon 2 Agentaves-Eier, so, dann müssen wir eigentlich nur noch warten, ne, und ich mein, klar, ich mein, viele von euch haben auch geschrieben, letztes Mal ist Kalter, ne, du brauchst nicht nur Tribes, du brauchst auch eine bessere Base, du brauchst Toril-Tower, du brauchst Gigas, und dann mussten sie raiden, und ich dachte mir, ja, ihr habt recht, wir müssen uns vielleicht ein bisschen mehr aufbauen, ich mein, ich möchte sie jetzt nicht unbedingt raiden, aber, wir müssen uns auf jeden Fall verteidigen können, das ist wichtig, und, oh, unser Parasaurier hat einen Feind entdeckt, und das ist unser Baby-Angentave, schaut ihn euch an, wie süß, oh, 2 Baby-Oh, das sind sogar Zwillinge, das heißt, in anderen Worten, wir haben nun tatsächlich Drehlinge, Freunde, Drehlinge, schaut euch das an, wie süß ist der denn, hey, kleiner Racker, so, imprinted, yay, und müssen wir aufpassen, nachher, bekriegen die sich noch, so, alle 3 haben wir jetzt, schaut euch das an, oh, wir haben jetzt 3 Baby-Argies, die sind so süß, schaut euch das an, oh, hä, oh, wieso wird der denn immer noch als Feind erkannt, ich mein, das ist doch, die haben wir doch eigentlich schon geclaimt, na gut, aber ich find das einfach so süß, schaut in euch, ach man, diese Argies, ne, so, und die werden wir jetzt natürlich auch auf, genau, Wandern des Elben setzen, das ist ganz wichtig, nicht, dass wir uns nachher noch in die Lava laufen und dann sterben, ähm, genau, da seht ihr sie jetzt, 3 Baby-Argies, ne, total süß, die werde ich jetzt auch hier drin lassen, ich mein, die kann man zur Not noch rausbekommen, indem man hier die Wände abreißt, beziehungsweise kurz, äh, kann man ja einfach ab, genau, ne, hier aufheben, ne, weil, genau, mit dem Baby-Rax, den haben sie nämlich auch gekillt, ne, das ist nämlich das, äh, Traurige, den haben sie tatsächlich gekillt, als er draußen war, von daher, bei diesen Argies, da werden wir ein bisschen besser aufpassen, die werden wir niemals rauslassen, zumindest nicht, solange sie noch Babys sind, schaut euch das an, wie süß ist das denn, ne, der Älteste läuft hier gerade, hey, ist kalter, oh, wie so ein kleines Hähnchen, okay, oh, und der Zweite auch, nur der eine ist ein bisschen stur, ne, der ist so, nö, ich bleib bei der Klimaanlage, da ist es warm, okay, so, dann könnt ihr auch erstmal auf Stopp, und ihr seht auch schon von den Werten her, hey, wir müssen mal schauen, wie so von den Werten ist, ja, 2,4, ähm, 284% Milli-Damage, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne, wie es beim 151er aus, der hat ein bisschen weniger Leben, aber, ja, der hat auch eigentlich ganz gut Milli-Damage, ne, ihr seht schon, das sind wirklich zwei gute, ähm, Argy, ich würde sagen, der 168er noch so ein bisschen besser als der 151er, wobei der 151er eigentlich auch nicht schlecht ist, also sind auf jeden Fall beide besser als mein alter Argy, beziehungsweise als meine beiden alten Argy, die ja gekillt worden sind von dem bösen Tribe, ne, IQ, so, ne, und vor IQ müssen wir uns natürlich auch beschützen, ne, das heißt, jetzt die Frage, was wir am besten machen, ich meine, wir haben jetzt hier drei Baby-Argies, ne, die werden wir jetzt erstmal hier lassen, die brauchen auch erstmal ein bisschen was zu essen, sonst sterben die nachher, jetzt ist schon hier das Fleisch droppt drastisch runter, das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Fleisch farmen und dann werden wir uns nochmal überlegen, wie wir uns denn am besten verteidigen können, wie gesagt, ihr habt mir schon einige gute Tipps hier geschrieben, ne, ich denke, sobald wir dann alles haben, ne, wir müssen uns halt einfach nur ein bisschen Gedanken machen, ne, Turrets, ähm, ja, Turret Tower, Merdinos, ne, Tribe Mates, dann sollten wir das eigentlich auch alles hier ein bisschen sicherer aufstellen, vor allem, wenn wir hier nachher ab der Vulkanspitze überall Turret Tower nachher haben, wie soll man die dann noch raiden, wobei, ich meine, es gibt immer einen Weg, ne, so ist es nicht, aber trotzdem, Hauptsache, wir werden dann nachher erstmal ein wenig sicherer unterwegs und ihr seht auch schon, da ist auch schon ein Loot Crate, werden wir einfach mal vorbeischauen, meistens ist einfach nur Crap drin, aber manchmal haben wir da Glück und was ist denn, ähm, RG? Moment, sagt mir jetzt nicht, mein RG ist entkommen, Leute, das ist mein RG, das ist er, wie er leibt und lebt, er lebt. Er ist am Leben, diese RG ist am Leben, ich dachte, die haben beide getötet, ne, ich hatte ja den einen von, ähm, genau, Army ausgeliehen bekommen, den haben sie gekillt, dann noch meinen alten RG haben sie gekillt und ich dachte, den haben sie hier auch gekillt, aber nein, er ist noch am Leben, er hat sich einfach nur versteckt, RG, du bist ein King. So, ähm, genau, der war auf Passivfleet, das war die richtige Entscheidung damals gewesen, ne, also ihr seht schon, unser RG, das war ein guter RG, ne, der lebt noch, ähm, finde ich cool, ich dachte wirklich, die wären alle tot, aber nein, so kann man sich täuschen, ne, unser RG hat uns nicht in den Stich gelassen, er hat den Kampf überstanden, ist erfolgreich vor IQ geflohen. So, und das ist nämlich die Hauptsache, das hat nämlich der Rex und der Ankylo leider nicht geschafft. So, was haben wir denn hier, okay, ein bisschen Narcottik kann man immer gebrauchen, den Rest, naja, ähm, den können wir einfach so da lassen. Okay, so, jetzt wird es aber auch langsam dunkel, und dann wollen wir mal wieder zurück, ach nee, was genau, ich wollte ja eigentlich ein bisschen Fleisch farmen, okay, wir werden einfach mal runtergehen, ähm, Petri, komm mal her, ja, Petri, es ist wichtig, und, perfekt, so, der Archie folgt uns auch, genau, und ich habe jetzt auch so Gange, ich meine, ich hätte den Archie natürlich erstmal mein Fleisch geben können, aber nee, wenn schon, denn schon, dann kriegen die auch gutes Fleisch, so, ich habe natürlich jetzt keine Waffen mit, keine Fernkampfwaffen, was natürlich ein bisschen problematisch ist, aber, macht nichts, wir haben ja nicht umsonst unsere Schwerter hier. Nimm dies! Genau, auf ihn mit Gebrüll! Müssen wir aufpassen, sonst hat der Archie denn nicht greift, weil ich glaube, der hat auch Hunger. So. Du entkommst uns nicht, ich habe auf Movement Speed geskillt. Genau, 13 Fleisch, das reicht natürlich lange nicht, wir brauchen natürlich deutlich mehr, aber gut, wo kriegen wir mehr? Wir brauchen einen Bronto, wir müssen ein bisschen einen Bronto schlachten, der gibt ordentlich Fleisch, aber es gibt hier weit und breit keine Brontos in der Nähe, nur hier unsere Parasaurier. Die natürlich auch praktisch sind, die wir auch theoretisch alle zähmen sollten, einfach um unsere Base so ein bisschen besser im Überblick zu halten, aber gut, so, das ist schon mal besser als nichts, wir gehen erstmal zurück zu unserer Base, schauen wir mal, wie es an unseren Baby-Argies geht, ich meine, die sind einfach richtig, richtig süß. So, und diese drei Baby-Argies, ich meine, es sind zwei, beziehungsweise ein Zwillingspaar und ein einzelner Argy, die haben natürlich auch, wie immer, einen Namen verdient. So, und diesen Namen dürft ihr natürlich in den Kommentaren entscheiden, wie sollen sie heißen, ne? Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einen coolen Namen habt, ansonsten werden wir jetzt erstmal zurück, äh, ja. Ne, deswegen sollte man immer ein Petri haben, da die Argies einfach verdammt langsam sind. Na, wo sie beide 100% Movement Speed haben, ne? Genau, ich erinnere mich noch damals, als man tatsächlich die Ar... Petris auf Movement Speed skillen konnte, also damals 2016, 2015, da war es noch möglich, das war ziemlich cool. Da kann man einfach sagen, hier, hier, 1000 Movement Speed und dann, ähm, ja, war der übelst schnell. Aber es geht leider nicht mehr. Ich meine, ist eigentlich ganz gut, weil ansonsten, man konnte damit einfach ziemlich witzige Sachen machen. Okay, das war halt für PvP ziemlich schwierig dann. So, Archie bleibt erstmal da. So, und dann wollen wir jetzt mal unser ganzes Fleisch unseren Baby-Argies bringen. So. Genau, zwei Türen gibt es immer noch, haben sie auch nicht zerstört. Okay, Baby-Argies, wo seid ihr, ne? Sind sie. So, und wie gesagt, guck mal, hier sind schon der. Ich dachte schon, der hatte ein bisschen Blut, aber es ist einfach nur seine Kopf-Färbung, ne? Zum Glück kein Blut. So, kriegst du erstmal das am Fleisch, ne? Das ist auch gleich weg. So. Und der hat nämlich keine Kopf-Färbung, das ist nämlich der 168er. Der andere, guck mal, der hat auch eine Kopf-Färbung, weil es sind halt einfach Zwillinge, wobei die, wir müssen uns mal gucken, die Kopf-Färbung ist ein bisschen stärker, als bei, wobei die ist gleich, ne? Obwohl, genau, es ist einfach nur vom Licht, aber die ist gleich, das sind einfach Zwillinge, die sind gleich aus. Ne? Sind tatsächlich eineigige Zwillinge. So, im wahrsten Sinne des Wortes. Guck mal, kriegt der jetzt noch ein bisschen Fleisch und natürlich unser 68er, ne? Der kriegt gleich 10 Fleisch, weil er eben der Stärkste hier im Bunde ist. So, und der Rest kriegt dann, oh, guck mal, die haben wieder Hunger. Man muss ja wirklich immer jetzt sehr schnell handeln. Am besten man hat da, aber am besten man farmt da vorher, tut alles in den Kühlschrank. Ne? Aber wir müssen jetzt uns wirklich beeilen. Ne? Zur Not geben wir dann noch erstmal unser, unser normales Fleisch. So, wollen wir das denn hier? Ne? Kriegen dann auch erstmal. Verhungere ich zwar, aber das ist egal. Genau. Aber gut, Leute, ansonsten war es aber auch, wenn wir wieder mit dieser Folge von Arkhamageddon, wenn sie euch, wie immer, gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt das in die Kommentare. Und ansonsten, ja, war es uns dann wieder, macht's gut und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.